Wir sind wahrscheinlich sicherer Abstände, die sind immer hier und immer weiter weit. Wir sind sicherer, das ist wahrscheinlich nicht ganz möglich, aber in der Hauptstraße ist es möglich, haltet die vorgeschriebenen Abstände von 1,50 Meter ein. Und die Reihen sollen auch wieder 1,50 Meter Abstände haben. Ich würde dagegen rechts mitdemonstrieren, wir haben unsere Forderung vorgelesen, aber ich stehe hier auch da hin. Und die Reihen sollen auch wieder 1,50 Meter abhängen, und die Reihen sollen auch wieder 1,50 Meter abhängen. Und die Reihen sollen auch wieder 1,50 Meter abhängen, und die Reihen sollen auch wieder 1,50 Meter abhängen, Vielen Dank.